Ja, hallo, ähm, dieses Mal haben wir als Aufgabe mit einem Unterstützer zu spielen. Ähm, da bin ich allerdings nicht so Fan von, muss ich ehrlich sagen. Hm. Ähm. Wer ist das? Ich hab keine Ahnung, wer das ist. Okay. So weit. Was mich jetzt ein bisschen, tatsächlich ein bisschen wundert, ist, dass die mit dem, in der freien Heldenauswahl, ähm, ja, irgendwie auswählbar sind, wie auch immer. Also, dass, dass die eben... Ich, 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 weil die... Xul, oh, mit Skin, aha, mit Schlangenskin, sehr interessant. Ach, Gott, nee. Jetzt macht er mal, äh, hinne. Ich will irgendwie mal spielen. Oder so. Ja. Hm. Stimmt. Das könnte Li Ming gewesen sein, was ich da gerade eben gesehen hatte. Ähm. Den Verdacht hatte ich schon vorher. Ähm. Ah, es sah eben in dem Moment echt, äh, merkwürdig aus. Riga. Riga. Ja, in dem Moment einen Healer zu bannen ist schon nicht schlecht. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht noch umdisponieren. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Tja, man könnte das echt einfach verpuffen lassen. Was habe ich gesagt? Man kann es auch verpuffen lassen. Achso, Reittier in Rot, ja. Komm, jetzt mach mich hier nicht äh... Dieser Nuke-Kerl ist echt... ist echt ärgerlich. Locked and loaded. Okay, wen nehme ich dann? Victory for the forsaken! Na ja, gut, kann ich... Ja... Ich hatte echt überlegt, was da zu nehmen. Das wäre ein Distanz-Assassin, aber so ist er auch okay. 36, 38, 39, 42, 36... Das heißt, ich gehöre ja zu den Besten hier. Äh... Oh Gott, in meinem Team. 31, 33, 35, 45, 40, 42. Wir haben zwei gute, wir haben... Drei, drei gute, wenn man so will. Weil... Klar, man kann jetzt am Anfang verkacken und das Spiel richtig gut spielen, aber... Ja, es ist eben immer so... Ne Glückssache in dem Fall. Tja. Schwarzherz. Brucht. Da kann ich eigentlich doch schon ganz gut meine Vorteile als Sylvanas rausspielen. Das ist, ähm... Gar nicht so... Schwie... Äh... Schlecht, dass ich die jetzt genommen habe. Wenn ich auf die Mid gehe, kann ich auch in Top schnell unterwegs sein. Bot ist natürlich ein bisschen weiter weg. Ähm... Aber ich versuche, da oben die Force erstmal einzureißen. natürlich, ähm... Mit gegebener Vorsicht, da es ja... durchaus, ähm... Gefährlich werden kann. Vorne... Komm schon. Wieso muss das einer aus meinem Team sein? Verflucht. Wieso bin ich so müde? Unglaublich. Da muss man früher ins Bett gehen. Ähm... Ja. Hm. Bot? Was? Was? Push, destroy, bot? Was? Trail. Wenn ein Diener stirbt, wäre das natürlich cool. Dann wollen wir doch mal sehen. Ich bin hier. Schade, knapp aus der Reichweite geflitzt. Hä, 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 hä. Give the order. He, he, he. So viel dazu. Okay. Dann verpüfen wir sie alle mal. Hm. Ah. So ärgerlich. So ärgerlich. ist dieser dämliche Trail nicht gekommen. Das war irgendwie... Da hab ich mich da alleingelassen gefühlt. Gut, dann, ähm... Weiß da ja nichts geklappt. Mich irgendwie hingehauen hat. Morales ist schon zweimal gestorben. Was soll der Mist denn? So, erst mal die Tasten wieder auf die Reihe kriegen. Hm. So, nochmal ein bisschen Unterstützungsfeuer hier. Gut, dann, die Tür machen wir mal kurz. Boah. So. Wenn wir uns aber meine eigene... Wenn ich meine eigenen Wellen pushe, ist das ja mal keine schlechte Idee. So. Dann gehe ich mal kurz nach oben. erobere die... Oh. Okay. Er hat's aufgegeben. Oder auch nicht. Wie auch immer. Na, endlich. Für eine Auflagen hinzu und für eine Auflagen schneller ab. Da. Warum setzt ihr keine Pings, ihr Idioten? Ich weiß nicht, was ich schon wieder mag. Ah. Ah. Könnte da dran liegen, dass keiner hier irgendwie mal was macht. So. So. So, das ist los. Schauen. Okay, alles sehr... Was will der denn? Also, langsam ist der echt hier... Ah, der wird ja Polen. Okay. Okay, jetzt... Man muss ja irgendwie mal antworten. Ähm... Drei fahren Schaden zu. Das ist doch schon mal... Wie hab ich das eigentlich nicht gemacht? Hm. Okay... Was hat die denn jetzt? Wie kann man denn jetzt hier so... Übel... Ich meine, es sind alle Leute unterwegs. Und keiner kann mal sagen, wo die Leute sind. Das ist echt... Hm. Wie geht's eigentlich hier aus? Ah, Hammer. Ein bisschen weiter sind, wa? Gut, dann... Wollen wir doch mal sehen. Ein bisschen aufgehalten. So... Hammer doch schon mal da einen. Wo ist er? Ah, nein, 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 nein. Oh, oh... Shit. Nova ist da. Shit. Okay. Das war überhaupt nicht gut. Ähm... Komm schon da lang. Okay. Das war überhaupt nicht gut. Ähm... Komm schon da lang. Ja, ich meine, was soll ich denn hier pushen irgendwie? Ja, ich meine, was soll ich denn hier pushen irgendwie? Oh. Den bekomme ich nicht. Und du denkst, du kannst beide Schäte öffnen, ihr Landladen? Ja, du Schwede... Ja, regt langsam echt auf. Oh. Was war das denn hier? Och, weißt du was? Kriegnerischen Heldenkontronieren. Dann fang ich ein... Wem soll ich mich nicht mehr selbst zur Hand denken? Kanalisierung. So, runter. Jetzt aber schnell. So. So. Alles klar. Okay. Okay. Grat... Läuft's wohl nicht so gut. Okay. Okay. So, das reicht mir so. 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 Junge, 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 Junge. Ah, ich sollte ihn nicht ignorieren, damit ich den... ... 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 號 ... ... ... ... ... Oder schattendurch heilig. Wäre auch noch eine schöne Möglichkeit. Heilung brauche ich zwar gerade nicht, aber das sei jetzt nicht falsch. Der ist in Norwein. Unglaublich. Dafür darf ich es jetzt hier lieber. Tja. Oh. Ich bedanke mich jetzt nicht dafür, dass sie so gut Level holen. Wir bräuchten allerdings doch schon mal noch ein paar Kills. Komischerweise habe ich zwei davon gemacht. Oh mein Gott, ist das jetzt euer Ernst? So, jetzt müsste der Schatten-Dolch mich eigentlich heilen, oder? Naja. Oder auch nicht. Vielleicht versuchst du... Oh, ich hab... So, ein bisschen was an EP. Kann ich schon noch gebrauchen. Äh... Was ist eigentlich hier mit dieser... Ah, die ist okay. Hm. Ja, ja, ja. Sicher doch. Das bringt's doch. Wie viel haben wir denn? Vier... Vier Stück. Ist das euer Ernst? Wir haben vier Dublonen. Wir haben vier Dublonen. Alter. Was ist das daneben? Wie wär's, wenn du mich einfach mal herlässt, hä? Ja, 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 ja. Das ist ja besonders verwundbar. Da haben wir's doch. Ernst? Ist ja unglaublich. Das ist doch echt... Das ist doch echt... Scheiß. Das ist doch... Das ist doch... Wie kann man so ein schlechtes Spiel abliefern? Das ist doch einfach lächerlich. So, jetzt nochmal gucken. Ich bin bei fast 100.000 Schaden. Ich hab 12.000 EP. Die anderen haben rein gar nichts. Rein gar nichts. An EP zusammenbekommen. Es ist einfach... Das ist... Ekelhaft. Ekelhaft.